Guten Morgen, Start am Bahnhof. Und es geht nach, das erfahrt ihr nach dem Intro. Herzlich willkommen zum vierten Teil. Unser Städtetrip mit dem Zug heute in Köln. Genau, wir stehen hier am Do. Ich würde sagen, wir starten unsere Tour. Ich weiß, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst. Ich würde sagen, du sagst, du sagst, du sagst. Ich weiß, du sagst, du sagst, du sagst. Wir verlassen jetzt das römisch-germanische Museum und laufen in Richtung Germanenturm. Und ja, Köln ist schon sehr, sehr beeindruckend. Es ist alles ziemlich groß, sehr groß. Und ja, ich versuche euch natürlich die besten Eindrücke nochmal mitzugeben. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt vom Dom zum Römerturm. Los geht's. Ich bin jetzt hier vor der Internationalen Hochschule. Und ich würde sagen, wir erkunden weiter Köln. Also, dranbleiben. Weiter fließen. Wir haben jetzt gerade im Park ein bisschen gemütlich gemacht. Eine kleine Pause. Jetzt laufen wir in Richtung Eikelsteig. Tor Burg. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Irgendwie so. Genau. Das ist also unser nächstes Ziel. Es sind von hier aus ungefähr 20 Minuten. Ich würde sagen, los geht's. Jetzt bewegen wir uns in Richtung Ford X. So heißt das. Nehmen an, dass das Ford X heißt, genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall ist das unser nächstes Ziel. Also, dranbleiben. Ich weiß, du hast dein Freund gesagt, du bist nicht okay. Und erzähl mir, was ist falsch. Und warum hast du nie gesagt, du fühlst der Weg. Und ich versuche, dich stark zu bleiben. Und ich versuche, dich stärker zu bleiben. Und ich versuche, dich zu lange. Aber ich weiß, dich zu lange. Von dem Ford X, wie ihr gesehen habt. Genau. Wir laufen jetzt hier so ein bisschen an dem alten Ford lang. Schön. Vorhin hatten wir mal so ein bisschen Regen. Leicht niesel. Das ist jetzt zum Glück weg. Ich würde sagen, ich denke ich noch ein paar Eindrücke. Bis gleich. Das Chor ist ein Teil des Preußisch-Kölner Festungsring. Genau. Also, das ist der Teil, der noch erhalten ist. Ich würde sagen, wir gehen in Richtung Rheinufer. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017